nach oben und dort müssen wir rein um amelias quest abzuschließen ich würde mal kurz mal gucken was dazu noch mal steht damit ich jetzt hier nichts falsch mache hilf mir dir bei so denn da ist der erste etage der grof der helden in einer schatztruhe nach der zweiten stein treppe ich würde sagen wir werden die einmal suchen und wenn wir die gefunden haben dann haben wir dort ab und dann suchen wir nachdem gut jetzt sollte er mit gas fliegen ja das heißt wir müssen uns genau umgucken dadurch dass ich fliegen kann auch zwar im vorteil aber nach der zweiten stein treppe so dann schauen wir mal verdammt wo ist die truhe verdammt wo ist die truhe ich hoffe ich finde die bevor es zu spät ist ansonsten habe ich ein großes problem wenn die jetzt hier verdammt ihr sinne müssen weiter schauen der leichte ist ja immer versteckt aber wir sind nur finden ist er das symphonischer ring ich muss weiter der ring hier ist ja irgendwo ich weiß es wo auch immer der ist wir werden ihn finden da ist eine truhe beben schmuck aber das ist eine jetzt kommt die zweite steine treppe das heißt es könnte sein dass sie kommt aber das herauszufinden wird jetzt schwer denn wir sind hier ja durchgeskippt äh kacke verdammt der ax ist es da verdammt ich sehe die truhe ich hab's und jetzt raus hier raus hier aus dem dungeon oh das war jetzt knapp oh das war's knapp ey ich wäre fast gestorben oh ich spüre einen schatz in der nähe abschließen danke für deine hilfe lass uns bald wiederholen wow quest fertig sie ist weg sie ist weg wir suchen jetzt die quelle wir suchen jetzt die quelle let's go dafür müssen wir nur fliegen aber jetzt die frage wo die ist rein mit uns in die höhle wir sagen sie ist hier noch nicht aber es wird schon bald ändern auf jeden fall schon so eine ganz große ahnung worum es da geht bestimmt ist es ein monster mit so einer chaos rüstung es ist eine verfluchte rüstung die alles töte was einfach die schnauze kommt ich habe das gefühl dass das monster hier ist oder irgendein monster sich damit verbunden hat es kann wirklich eine kraft richtig verstärken kann und ob man es auch nicht das ist wirklich so ich glaube so kurz auch schon mal benutzt und dann auf einmal so übeld abgegangen naja unbewusst hat das genutzt jetzt ist die frage wo ist das monster kromm wann denn omae nan こんなところで捨ててくるんだよ krom Das ist ein Degasster! Was ist das? Was ist das Burscht Linker? Aber... Ich glaube, es ist nicht so anders mit den Kari-Yuki? Ich denke... Aber... Wenn man zu sagen, würde ich sagen, ist es eher ein Problem von Babbel. Das ist der Mann, der verdammt der Möbel gegen den Möbel. Entschuldigung, deswegen habe ich auch in der Mitte des Boss. Kuro-Yuki, du kennst dich diese Leute? Ich weiß, was du kennst? Wait, Asuna. Komm schon. Wir haben keine Angst, dass diese Dinge erleden. Ich verstehe das. Aber... Es ist ein bisschen zu vieles Schweres. Ich weiß, was du hier in diesem Ort? 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 Wie ist das? Du bist schon wieder in den Hörnlern gegangen und in der Hörnlern gegangen. Es tut mir leid! Es tut mir leid! Hey, hey! Du bist alle so gut? Wenn du so gut bist, dann kannst du nicht so gut machen. Wo ist er denn? Oh, Level 300! Aber er wird es, habe ich ihn auf jeden Fall. Yes! Jetzt komm! Er ist ein Down. Meine Fresse! Wow! Wow! Der Skatown! Oh, ja, schön! 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 Oh, ja! Oh, ja, schön! 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 Oh, ja, schön!